Ihr wisst es sicher auch, die Suche nach dem perfekten Licht für euer Selfie kann manchmal ganz schön stressig sein. Doch was wäre, wenn ihr einen Begleiter hättet, der euch das Leben einfacher macht? Mit dem Penitri Selfie Stick mit integrierten Drehbahn-Fülllicht habt ihr alles in einem Gerät vereint. Ihr könnt eure Selfies jetzt jederzeit und überall mit perfektem Licht aufnehmen und durch das integrierte Stativ habt ihr auch immer einen stabilen Stand. Okay, hier habe ich den nächsten. Das ist der Selfie Stick von Penitri. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Also die Packung schaut auf jeden Fall schon benutzt aus. Vielleicht ist es ein Produkt, das einer schon zurückgeschickt hat. Wer weiß, das schaut nett leibend aus. Was haben wir da? User Manual. Sonne oder Regen, was auch immer das sein soll. Ah, USB zu USB-C. USB-C ist schon mal geil. Okay, er wirkt auf den ersten Blick gleich mal superleicht. Also wirklich superleicht. What the heck? Sag bloß, da muss man eine Batterie reintun. So habe ich noch nie gesehen. Da steht nett drin, wie man das Teil aufmacht. Da ist ein kleines Schraubchen und normalerweise ist das zum Sliden da. Sag bloß, das muss ich aufschrauben. Warum muss ich das aufschrauben? Das ist nett sehr benutzerfreundlich. Ich habe nicht immer so einen kleinen Schraubenzieher. Aber wir haben ein Messer. Tatsache, da ist eine Batterie drin. Eine 3 Volt Batterie. Also ich habe selten ein Teil gesehen, eine Fernbedienung gesehen, wo eine Batterie drin ist. Und wo man dann eine Schraube braucht. Ich meine, ja gut, wenn eine Batterie drin ist, braucht man vielleicht eine Schraube. Aber die Schraube ist auch so furchtbar klein. Wahrscheinlich ist das gar nicht vorgesehen, dass man die jemals aufmacht. Also das ist nicht so benutzerfreundlich. Auf jeden Fall, das ist die Fernbedienung. Wenn ich jetzt meinen alten zum Vergleich her nehme. Ich spreche die Gesamtlänge ohne dem Licht. Dasselbe wie der hier. Der ist ungefähr gleich schwer. Schauen wir uns gleich mal an, wie schwer. Wir haben hier 157 Gramm. Aha. Irgendwas mache ich falsch, weil da steht 165. 157 Gramm ist auch gut. Gut, das Teil, da kann man drehen. Das ist das Licht. Das lade ich per USB-C auf. Offensichtlich. Schauen wir mal, ob das überhaupt Saft hat. Ah ja. Also, man muss ja auf jeden Fall ein paar Sekunden draufdrücken. Da haben wir noch komplett kaltes Licht. Da haben wir komplett warmes Licht. Und da haben wir Mischlicht in zwei Stufen. Also sechs Stufen gibt es. Dann lange draufbleiben. Das Licht geht aus. Okay. Kann man das aufmachen? Ah ja. Man kann es aufmachen. Vielleicht geht das auf, wenn ich da anziehe. Also im Gegensatz zu meinen allen anderen Licht hat es hier auch so eine Verstrebung, damit es relativ stabil steht. Steht auch sehr stabil. Das kann man aufklappen. Das kann man nach hinten klappen und nach vorne klappen. Okay. Drehen kann man es nicht. Ah ja. Das ist auch ganz nett. Das heißt, man hat das kleine Verbindungsstück und dann kann man das noch ein bisschen verlängern und dann kann man ein Handy einspannen. Sparen wir mal das Handy ein. Macht einen netten Eindruck. Schauen wir mal, wie weit das aufgeht. Das ist auf jeden Fall sehr streng. Oh. Es geht so weit auf. 43 Zentimeter. Weiter geht es nur, wenn man das Stativ aufmacht. Missen wir das auch. 49 Zentimeter. Das ist ja urgefährlich. Okay. Es lässt sich hier auch drehen. Es rastet auch ein. Ah, das ist interessant. Wenn man es kippt, öffnet es automatisch. Ach so, das liegt daran, dass der Selfie-Stick hier aneckt. Quasi sehr interessantes Gimmick. Sehr interessanter Selfie-Stick. Ein bisschen mit der Batterie bin ich, aber dafür. Ich meine, Batterie hält meistens relativ lang. Dann ist das Teil einfach immer in Verwendung. Wenn ich ein Licht haben will, dann lade ich das einfach auf. Das ist nicht schlecht. Und ich kann das Licht auch in alle Richtungen drehen. Ein sehr eigenartiger Pinitri-Selfie-Stick. Das ist nicht schlecht. Ich kann dasftigen, dass der Zeit nicht mehr, dass der Hecht aufbundet. Ich kann das nicht mehr, wenn ich das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, dass der Hecht aufbundet. Vielen Dank.